Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Ring dich schnell zu ihrem Sensor-Manipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, wenn ich dich scharf machen werde, lass mich nur an dich ran. Du Tier, ich mag es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Nee, ich komme nicht dran. Ich versuch es doch, verdammtes Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du bald eure Fähigkeiten erhalten können. Aber wähle für sich vor Schock. Das ist ein Skillbaum. Skillbaum. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon absolviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich reingesteckt, mein Großer. Ich war so einsam. Ich musste einfach ein wenig Dampf ablassen. Schluss jetzt. Nimm das je ein Ende. Reg dich doch nicht über Kleinigkeiten auf, Schatz. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird dir gefallen, versprochen. Ich würde dir gern den Stecker ziehen. Aber leider komme ich ohne deine Hilfe nicht weiter. Das ist der Eierbrutzler 5000.